Everybody pay attention This right here is my pretty boy Was geht ab Leute, euer FRAPSIS hier Ich hoffe, dass das Video hier nicht laggt Ich lade drei Videos hoch und rendere zwei Videos gleichzeitig Also nur damit ihr wisst, der Struggle ist real, Freunde Ich würde aber sagen, bevor wir überhaupt mit dem Shop-Video anfangen Freunde, ich würde mich natürlich mega darüber freuen, wenn ihr mich supporten würdet Mit meinem Supporter-Creator-Code, und zwar frpz-yt Ihr könnt auch gerne die Videobeschreibung abchecken Dort, Leute, habe ich derzeit ein Gewinnspiel am Stand Für alle Ehre, die meinen Supporter-Creator-Code nutzen Und ihr könnt auch wirklich einfach hingehen, meinen Supporter-Creator-Code eintragen Danach, Freunde, macht ihr davon ein Bild Ladet es dort hoch und habt automatisch fünf Lose erhalten Ihr könnt jeden Tag ein weiteres Bild hochladen Ihr müsst es nur eingetragen haben Und ihr bekommt weitere fünf Lose Umso mehr Lose ihr habt, umso höher ist eure Chance da zu gewinnen Und das Ganze läuft nur noch vier, fünf Tage Das heißt, schaut da gerne mal vorbei Macht auch wirklich mit Ist eine Ehrensache, finde ich Also 1200 Euro an V-Bucks verlose ich da Also ihr bekommt dann Guthabenkarten, die ihr euch dann halt gönnen könnt Und auch wenn ihr irgendjemand anderen als Supporter-Creator eingetragen habt Trotzdem, Freunde, tut mir einen Gefallen Gebt meinen Creator-Code ein Macht ein Bild und dann könnt ihr es hochladen Und trotzdem könnt ihr dann wieder den Creator-Code umändern Hauptsache, der Support zählt Und ich liebe euch alle da draußen, die meinen Supporter-Creator-Code eingetragen haben Ich sag's euch, wie es ist, Freunde Also, das ist echt Ehrenwert von euch Wirklich, vielen, vielen Dank dafür Und by the way, Freunde, wenn ihr auch beispielsweise den kostenlosen Battle Pass hier absolviert Das hier Warte mal, das hier Dann bekomme ich auch den Anteil davon Obwohl es kostenlos ist Also wirklich, das ist voll cool Deswegen tragt unbedingt meinen Supporter-Creator-Code ein Vergiss nicht, alle 14 Tage geht der auch weg Wäre echt cool von euch Ihr zahlt nichts, Freunde Und wir wie Creator kriegen trotzdem halt Tag von Epic Games Nur weil ihr diese kostenlosen Challenges macht Was echt cool von denen ist Also muss man schon auf jeden Fall sagen Heute bin ich auch auf jeden Fall gespannt, ob wir was Neues in den Shop bekommen werden Ich denke mal eher nicht, aber trotzdem ist das Ganze cool Und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal jetzt an Okay Guckt mal links, Leute Oh mein Gott, mein Bruder ist da Oh mein Gott Wir werden uns das gleich anschauen, okay Wir werden uns das gleich anschauen Schauen wir uns doch erst die rechte Seite an, Freunde Wir haben hier einmal Wolkenschlag als Gleiter Ja, Wolkenschlag-Gleiter geht eigentlich ganz in Ordnung Aber irgendwie finde ich ihn ein bisschen unnötig Und für den Preis möchte ich mir das Ganze auch nicht antun Und ich finde das leicht überteuert Dann, Leute, gehen wir einfach mal weiter Einsatzleiterin ist am Start für 1200 V-Bucks Ich finde die übertrieben cool Auch das Rückenassort ist mega geil Denn, Leute, wenn ihr damit schießt Umso heftigeren Schaden ihr einem Gegner gebt Umso höher geht dieser Da ist halt so ein Anzeigemeter, glaube ich Nennt man das Und dann zeigt ihr euch an, wie krass ihr diesen Gegner gehittet habt Und das ist natürlich mega cool Muss man auf jeden Fall hier an der Stelle sagen Und auch eine mega coole Idee Und ich finde den Skin auch an sich echt geil Dann haben wir hier die Sprektral-Hacke Viele Leute, man muss natürlich dazu sagen Haben sich den gekauft, weil sie den übelst krass finden Und ich sage es euch, wie es ist Ich werde dem Hype hinterher gehen Denn ein Kollege hat gesagt Bruder, komm mal, vertrauen mir Kauf die Hacke Später wird sie selten sein Weil sie so viele haben wollen Und dann ärgerst du dich darüber Deswegen habe ich mir das Ganze jetzt hier gekauft Oh fuck, ich habe mir das jetzt mit meinem Supporter-Creator-Code gekauft Das geht mal gar nicht Wir geben erstmal Ihrem Bruder Gurkensoldat seinen Creator-Code ein Um ihm ein bisschen Rücken zu geben Ihr könnt auch natürlich von meinem Priest-Friend nicht oder so eingeben Geht auch alles in Ordnung Hauptsache ihr supportet einen von der Familie so mäßig Naja Dann haben wir hier wahres Herz Ist ein cooler Emote eigentlich Aber ich weiß nicht Irgendwie ist er ein bisschen ausgelutscht, finde ich Und diese 800 V-Bucks sind viel zu teuer Mittlerweile gibt es auch günstigere für cooleres Äh, günstigere Emotes Und die sind cooler, sagen wir so Dann haben wir die Waffenexpertin da Ich finde die eigentlich ganz cool Würde ich auch auf jeden Fall mit erspielen Ist auch ganz in Ordnung Und ja, wie ihr möchtet Wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr euch das Ganze gerne zulegen Dann haben wir noch den Emote T-Pose hier Für 200 V-Bucks geht auch absolut in Ordnung Sieht auch richtig, richtig cool aus Dann Leute, auf der linken Seite haben wir heute wieder die Heimskins bekommen Beim Heimskin müsst ihr natürlich bedenken Dass man hier die Maske abnehmen kann Und ohne Maske finde ich die Frau hier am geilsten Und ich finde es auch wirklich geil Also ich spiele mit der Frau wirklich gerne nur Äh, jetzt homosexuell oder sowas Also ist auf jeden Fall schon geil, Freunde Den Mann finde ich eher nicht so cool Da würde ich euch lieber die Frau empfehlen Und was haben wir noch? Die Katzenkralle als Spitzhack ist cool Wir können hier mal den Sound kurz reinhören Ist so sensenmäßig Hört sich auch eigentlich ganz gut an Kann man sich auch geben Und Leute, dann haben wir hier nochmal schnurtastisch Als Gleiter finde ich jetzt nicht so cool Deswegen werde ich auf jeden Fall hier die Finger davon lassen Auf der linken Seite haben wir einmal die Farbenbomberin erhalten Für 1200 V-Bucks Dann, Freunde, haben wir den Farbenkanonier hier Für 1500 V-Bucks Mit dem legendären Rucksack hier Finde ich auch super geil Und wir haben hier die Regenbogenwucht am Start Die Regenbogenwucht ist reaktiv Und auch auf jeden Fall eine richtig coole Spitzhacke Wenn ihr zwei Kills damit macht Dann leuchtet das Horn vorne Und das finde ich auf jeden Fall mega geil Aber heute, da habe ich mich so lange drauf gefreut, Leute Ist hier Farbenballon da Und Leute, bitte Es sieht doch übelst cool aus, oder nicht? Und ich werde jetzt auf Ehrenmann-Basis Jetzt meinen Breast hier auch was zukommen lassen Ohne Witz So, schauen wir uns das Ganze mal an Dann haben wir hier Ähm, Gurke wird sich das auf jeden Fall selber, denke ich mal, holen können Mocke ist ein Lappen Der Zockverbot Deswegen können wir ihm das Ganze nicht zukommen lassen Was haben wir denn hier noch? Werbefreundlich haben wir hier Ach komm, wir machen das so Zack Dann machen wir hier Und machen Komm, hier Zack Auf Ehre Komm, let's go So, zack Kabum, bum, bum, bum Pam So, Support ist kein Mod, Freunde Ihr wisst selber Bescheid Ähm, bisschen was Cooles So, nun natürlich hier auf jeden Fall Werde ich mir das Ganze selber hier kaufen Ich finde diesen Farbenballon übertrieben cool Ich werde euch auch eine coole Kombi jetzt zeigen Wir haben diesen Farbenballon hier Oder wie der Typ heißt Wir können den hier nehmen Oder wir können die weibliche Variante von Äh, diesem Skin da nehmen Ich weiß jetzt nicht, wo die ist Ah, da unten So, zack Das da reinklatschen Dann können wir die Ballonspitzhacke nehmen Warte mal Oh, ja, okay Rückener Accessoire können wir hier Ballon Battle Bus nehmen Den hier beispielsweise Und dann nehmen wir nochmal die Ballonspitzhacke Und dann haben wir hier eine richtig, richtig geile Kombi Muss man hier an der Stelle sagen Die Frau hier Mit dem, äh, mit der Ballonspitzhacke Und dem richtig coolen Gleiter, Leute Finde ich auf jeden Fall übertrieben Es fresh Kann man sich so in dieser Konstellation auf jeden Fall geben Jetzt wünsche ich mir mal ganz kurz In der Ready-Welt-Modus Und tut mir auf jeden Fall leid Dass dieses Shop-Video so ein bisschen lang geworden ist Und, ja, trotzdem hoffe ich Dass ihr es euch gerne anschaut Und meine Meinung, äh, auch hier euch anhört Das weiß ich auch zu schätzen Ihr schaut euch ja auch meistens Meine Shop-Videos an Weil ihr meine Meinung hören möchtet Das, äh, weiß ich auf jeden Fall echt zu schätzen Vielen Dank da auch für euren Support, Leute So, Leute Dann sind wir jetzt hier in Ready-Welt Wir checken dann die Lage Item-Shop Was haben wir denn erhalten hier? Wir haben das 11-fache Upgrade Lama bekommen Finde ich jetzt nicht so cool Deswegen werde ich hier auch auf jeden Fall die Finger davon lassen Im Gegenstand-Shop ist auch alles weiterhin gleich geblieben Das Ganze aktualisiert sich erst in zwei Tagen Und das wird es mit dem Video gewesen sein Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne mal einen Daumen Da vergesst, auf jeden Fall nicht zu abonnieren und dem Glöck